servus und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge minecraft mit dabei ist der liebe batiks aus batiks so wir sind hier gerade wieder mitten in der schlacht schlacht von solferino der ist ein unterwasser zu haben die ganze pool drin auch geil oder ja hexen sind tot was waren die hexen auch ja die kommen auch in der welle da ist der letzte muss noch einer da kann sowieso noch mehr glauben ja würde jetzt so ein blödes zombie mal finden ich habe eine idee für die folge wenn wir sie werden haben aber da müsste es schon eigentlich tag sein batiks schauen wir auf dein leben gut wieso ok ja weil ich gerade ein bisschen mein leben außer blick gelassen hatte und dadurch wird von drauf gegangen gewesen wer wir sind jetzt wo schon wieder sagt doch was ich habe noch drei herzen ich habe noch drei herzen ich habe noch zweieinhalb herzen ich habe noch zweieinhalb kürzen ok mein leben fühlt sie wieder auf tag wird es auch ich muss jetzt meine meine inventar lernen was ich habe gerade nur geht nicht mit dir oh mein gott was der tipp gerade zwei kreaturen verbleiben katze geweckt eine ja weil ich gerade einen gekillt habe ich habe schon wieder das markt logo bekommen ja wie auch halt dazu durch ist es weg echt aber tiger weiß was ich jetzt cool finden würde oder sollen wir erst den keller fertig machen ja ja komm ich mach den keller weiter ja ich sag's dir alter mein inventar das läuft schon wieder über das ist schon wieder zwei sattel alle drei sattel sogar wieso ist hier lava kannst du bitte aufhören meine steinfabrik kaputt zu machen mach ich nicht ja ne machst du nicht hast du jetzt das lava kaputt gemacht und das redstone bitte hin das redstone bitte hin das redstone ja das redstone bitte hin ich hab nicht mehr da fehlen noch zwei ich hab nicht mehr dafür noch zwei ich habe immer noch nicht mehr da fehlen aber immer noch zwei ich habe aber immer noch nicht mehr okay gebaut okay batiks reparieren was ja das was ich gemacht hast geht doch was soll ich dir bringen geht doch erstens mal klingeln zwei erstens mal klingeln zweitens mal müssen zwei kommen funktionieren funktioniert nicht es ist lauer zu oder was ja nee es ist nicht dann ist das wasser unten beschädigt nee habe ich auch nicht zeig da läuft wasser durchgehend ja sonst würde sie nicht rauslaufen nein hallo beschädigt das ist ein stein da ist beschädigt was machst du da ist ein stein rein das kommt von der lava ja da gehört aber wasser hin und kein stein das heißt du musst die lava oben mal weg machen machen in dem du es sind einmal tust habe ich nicht dann muss und dann wenn du mir sagst wollen wir den eimer haben oben in den drohen meistens reicht ein eimer du brauchst zwei eimer wasser brauchst du auch also brauchst du auch noch in einmal mit wasser egal immer noch da zwei eimer ist immer noch ein laufbart wer von euch vollidioten dass ich jetzt mal unsere weizen farben laufen die habe ich laufen lassen wegen dem raubzug das war nicht wieder die kreaturen stehen dass sie da nicht bauen können ich habe es ausgemacht jetzt ja ich habe es gesehen so aber was ja eigentlich kommt so nichts mit diesem batik irgendwie habe ich jetzt irgendwo meine erde hingeschmissen hier ich kann glaube nicht nehmen muss oben ja ist ein block oben jetzt hier weg da wasser hin wo ja drüben im eck im eck ist es für mich ist es nicht das eck also hier im batik skimmer bitte den eimer wo dann im eck wo ist da bitte ein eck links im eck so ja klar war hier oben wieder hin warte 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 ja du hast ja den eimer jetzt her ich laber oder wasser also leere einmal bitte das ist eine schwitzhacke so Lava. Funktioniert wieder. Aber ich brauche jetzt einen Aufzug, ich brauche jetzt einen Aufzug. Ach, aber da ist es draußen, oder? Ja, da ist es draußen. So, und was wollte ich? Alter, ich weiß gar nicht mehr, was ich wollte. Ich wollte immer noch Erde. Leck mich doch. Ich habe zu viel gesagt, ich brauche Erde, wieso sehe ich mir das nicht? Ich habe doch Erde im Inventar, komm her. Ja. Ganz viel. Ja, dann Flick. Ja. 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 Moment, wenn der ungefähr... Versuch still. Ich wollte keinen Ofen bauen. Weil zu flicken. Digga, bin ich gerade lost unterwegs, oder was, Alter? Ja. 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 Nein, ich wollte keinen Ofen. Du hast doch jetzt schon zweimal einen Ofen gebaut. Ähm, aber was anderes. Partix. Wie wärs? Mit einer Jagd. Was für eine Jagd. Was für eine Jagd. Was für eine Jagd. Keine Ahnung, was für eine Jagd. Dorf, Bewohner, Zombie, Jagd. Boah, Hammer, oder? So. Jetzt aber alles raus, was ich eigentlich brauche. Hä, sag mal, bin ich jetzt... Der, du machst mir ganz... Ja, Alter. Okay. Ich wollte mich gerade eigentlich was anderes machen, aber egal, es geht mir auf Dorfbüro oder Zombiejagd. Ja. Okay, irgendwie funktioniert das nicht mehr. Was? Meine automatische Farm Sortiermaschine. Creeper. Ja, wir brauchen halt noch zwei Zombies. Also Dorfbewohner Zombies. Wie funktioniert. Ich hab's gerade gehört. Klick, klick, klick. Was auf dein Balkon? Ja, das ist schon weg. Auf dein Balkon ist auf jeden Fall ein Zombie. Äh, Pilko. Das ist schon unter Wasser. Ein Enderman. Wo ist der Sack jetzt hin? Ist jetzt unter Wasser oder was? Ne, der hat sich weg teleportiert. Aber Enderman hast Wasser. Arsch. Juhu. 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 weil ich gerade die lohn rein ab in meine leichte optimal nicht in die kühle ok setzen rein fahren aber nicht runter sprich ganz schön zu mir ein bisschen weiter zu fahren noch nicht runter erst wenn ich sage let's go unterfahren ja wenn ich sag jetzt jetzt ist ja auch eine ist klar auch nicht klar ja ja warum aber jetzt nicht ich wollte das ist so 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 hier ist auch noch mal einer bei den kühlen drin ja ist ja immer so lange muss ich noch braucht dann drei stücke sehen ja ja okay kommt immer schlafen okay hoffentlich nichts in der nähe jawohl so dann ja die machen wir gleich ich würde ich sagen ja ich prügel dich schon noch ein ich würde sagen ich schaue noch ganz schnell was sie handeln die verwandelt sich erst noch auf jeden fall haben wir einen schon mal wo man glück drei handeln können haltbarkeit wäre auch noch nicht schlecht wenn das eine handeln würde ich sehe schon irgendwann haben wir so ein fünf kilometer langer gang mit dorfbewohner alle möglichen bücher tschüss feuer schutz du sollst verschränken nicht hier mich abschießen ja leute ich weiß es ist nicht so sinnvoll was ich hier geändert dass ich eine zwischenarbeit habe während die da irgendwas keine ahnung was für ein quatsch macht ja okay wir haben immer noch kein mit reparatur also wo bist du ja wieso ich weiß hier ist eine gute antwort unter meine terrasse ist schon wieder hör auf komm mit moment und also leute an dieser stelle was das mit unserem video wenn es euch gefallen hat geben daumen nach oben wer neu auf dem kanal ist jetzt bitte einmal abonnieren und aktiviert doch die glocke dann verpasst du kein weiteres video mehr und wenn ihr den vogel hier auch mal sehen wollt dann geht jetzt bei ihm auf seinen kanal link ist wie immer in der video beschreibung gibt auch immer daumen nach oben da und lasst auch bei ihm ein abo da an dieser stelle servus auch im end screen servus ja genau